Moin, moin, bonjour und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat, eurem Podcast in der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich sitze hier an bedeutender Stätte im Start-up-France, habe mir gerade Vorkämpfe in der Leichtathletik der Olympischen Spielern geschaut. Und mir gegenüber sitzt weit entfernt, ungefähr 1000 Kilometer, euer Redakteur Lars Wichert. Moin, moin und bonjour. Ich hatte auch Französisch als erste Fremdsprache, war aber auch mit das erste Verständnis abgewichtigt. Aber ein paar Grundkenntnisse kann ich auch. Bonjour, je suis Lars. Ja, ich verstehe immer mehr, je länger ich hier bin. Ich bin ja jetzt schon fast zwei Wochen im Lande. Sprechen, ja, die Leute gucken immer komisch und dann machen sie mit Englisch weiter. Aber ja, ich komme hier über die Runden. So ist es nicht. Ich habe zu essen, ich habe zu trinken und komme in die Stadien. Mehr brauche ich nicht. Mit Englisch geht aber wahrscheinlich auch eher besser während der Olympischen Spiele, weil sonst sind die Franzosen ja doch schon eher so ein bisschen lieber mit ihrer Fremdsprache oder mit ihrer Sprache. Ja, man sagt ihnen ja nach, sie sind da sehr eigen. Wie sind denn die Norweger? Wir müssen über Norwegen sprechen, Lars. Norweger, also wenn sie nicht fast perfekt Englisch kennen können, so hat man den Eindruck, können sie auf jeden Fall auch Deutsch sprechen, weil das auch eine häufige Fremdsprache in Norwegen ist. Aber mit Englisch kommt man in Norwegen schon sehr weit, muss man sagen. Eigentlich auch schon sehr angenehm. Dennoch versuche ich immer, wenn ich in irgendwelchen Ländern Urlaub mache, auch da mir irgendwie so ein paar Grundkenntnisse anzueignen, dass man wenigstens so Hallo und Tschüss und Danke sagen kann. Aber das ist im Norwegischen relativ einfach. Hey, hey und tack sind dann so die Wörter. Und ja, wie du sagst, ich bin aus dem Urlaub zurück, war in Norwegen und habe den dann damit beendet, dass ich am Wochenende noch beim Norseman unterwegs war. Du nennst das Urlaub. Du hast nicht nur da mitgemacht und warst unterwegs, sondern du bist Gesamt Zweiter geworden. Jo, also ebenso wie in Hamburg eine extreme Überraschung, dass ich es noch geschafft habe. Vielleicht war da die größere Überraschung, dass es im Rennverlauf dann so funktioniert hat, weil ja, so zwischenzeitlich dann mit einem Abstand von 10 Minuten bis auf Rang 3 und sogar mehr als 20 Minuten auf Rang 2 waren dann doch eher so Side-Abstände, wo ich gedacht habe, dass ich mit meinem vierten Platz und dem gesamten Rennverlauf an dem Tag doch schon sehr zufrieden bin und mit einer Platzierung besser habe. Da habe ich dann gedacht, ist das auch schon sehr nett. Im Parallel des zum letzten Jahr, wo ich fünfter wurde, zwischenzeitlich kursierten dann schon so Gedanken in meinem Kopf, dann muss ich mindestens noch einmal hin, um auf dem Podium zu platzieren. Aber das wurde mir so ein bisschen dann, ja, aus den Händen genommen und ich habe am Ende dann eben den zweiten Platz benedet. Du bist so wunderbar schade dabei, wenn du das erzählst. Ey, krasse Leistung. Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Also im Gegensatz zum letzten Jahr durften wir dieses Mal auch bis ganz nach oben auf den Gauster stoppen. Also so war es wenigstens fünf Kilometer komplett neu für mich von der Strecke, weil ich letztes Jahr ja nur bis zu diesem Eingangstor, sag ich mal, gehen durfte, wo es dann hochgeht in, ja, weiß ich nicht, wie man es sagen soll. Alpines Gelände ist es ja nicht, weil es sind ja nicht die Alten, aber letztendlich kann man sich so vorstellen, dass da, ja, lose Steine sind gerollt, etc. Also da ist nichts mehr mit irgendwie großgeteerter Straße, wie man es die ganze Zeit vorher hat. Und, ja, also bis zu dem Zeitpunkt hatte ich eigentlich so insgesamt einen guten Tag, auch wenn ich, ja, beim Fahrradfahren dann doch schon deutlich gemerkt habe, dass ich auf jeden Fall gut sechs Wochen nicht immer auf dem TT saß und die langen Einheiten auch nicht mehr so ernst genaschen hatte, sondern da doch mal ein bisschen mehr die Familie im Vordergrund stand. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, es ist ein Rennen, was ich jedem, egal ob Profi oder Agegrouper, wirklich ganz herzlich lege, weil es wirklich landschaftlich ist es so, dass Supporter und die Athleten und Athletinnen da auf ihre Kosten kommen und auch so von diesem ganzen Geschehen, es gibt sicherlich noch viele andere Webkämpfe, die auch so ein Support-Athleten-Verhältnis haben, aber, ja, mit diesem Punkt-zu-Punkt-Rennen und dann dem Ganzen ist es wirklich was richtig Besonderes und da hat wieder extrem viel Spaß gemacht und, ja, wie letztes Jahr mit Sebastian Kiemle war dieses Jahr aus Deutschland Laura Zimmermann als Trophiathletin am Start, die wirklich eine richtig beeindruckende Leistung gezeigt hat. Ich glaube, insgesamt ist sie erste geworden von allen Athleten und Athletinnen. Also die hat da wirklich gezeigt, wie man so ein Rennen fährt und hat da eben auch das Frauenfeld wirklich, ja, würde ich mal sagen, überragend gewonnen. Und da sieht man einfach, dass da auch schon bei den Profis auch so ein gewisser Stellenwert dann vielleicht von dem Rennen da ist und, ja, vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, nochmal einen anderen Charakter mitzubekommen, auch ein ganz ehrliches Rennen zu erhalten, was es vielleicht bei manchen Profis Profi-Rennen nicht ganz so gibt, wo dann vielleicht doch ein bisschen mehr Windschatten gefahren wird, aber so ist es auf jeden Fall ein sehr ehrliches Rennen. Also kein Race Ranger-Einsatz nötig, aber ein Bucketlist-Rennen für Profis und H-Gruppe. Definitiv, also ein Race Ranger ist in den vorderen Bereichen nicht nötig. Da waren dann schon die Abstände ein bisschen größer, gerade so Sebastian Norberg, der Sieger bei den Männern, ein schwedischer Profi, hatte demnach bei mir jetzt zum Beispiel fast eine halbe Stunde Vorsprung, ja, die er sich beim Radfahren wirklich sehr deutlich herausgefahren hat. Da konnte ich überhaupt nicht bei meinen Werten bleiben und habe zwischenzeitlich auch so ein bisschen gedacht, ob das denn hier den Tag überhaupt musste weitergeben, nachdem ich schon nach einer Stunde 40 Krämpfe hatte, weil es dann doch schon sehr kalt war. Aber ja, so ist es wirklich ein richtiges Abenteuerrennen, macht richtig Spaß. Und was ich dieses Jahr nochmal nochmal deutlicher geschwürt habe als im vergangenen Jahr oder nochmal auf eine andere Art und Weise geschwürt habe, ist, wie wichtig bei so einem Rennen der Support ist. Also jetzt bei unserem Rennen hat man wirklich gesehen, dass der Support entscheidend darüber ist, ob man eventuell Platz zwei oder Platz vier belegt oder in den hinteren Bereich nimmt, genauso. Ich bin auf die letzten knapp fünf Kilometer, also da, wo es dann in dieses Geröll geht, bin ich als vierter Athlet reingestartet und der Franzose war ein bisschen mehr als drei Minuten oder vier Minuten weg. Und der Norweger, der zu dem Zeitpunkt noch auf Platz zwei lag, war sicherlich noch weiter weg. Der hatte zwischenzeitlich gut 20 Minuten Vorsprung auf mich, wie er sich allein schon in meinem schönen France gehobst hat. Er ist ein ehemaliger kurzes Tanzler gewesen aus der norwegischen Nationalmannschaft und der hatte da schon als Ziel, den Streckenrekord zu holen und ist dann einfach mal 49 Minuten über die 3,8 Kilometer geschwommen in dem kalten Wasser. Das war schon, als ich meine ersten beiden Kraulzüge gemacht habe, war er schon gefühlt 100 Meter weg. Das war schon sehr beeindruckend. Aber da hat man halt schon gesehen, ich hatte meinen Bruder wieder als Support mit und wir sind dann in den Berg rein und zu dem Zeitpunkt hatten wir halt auch noch nicht den Gedanken. Also, um das mal kurz festzuhalten, Jonas Deichmann hat am Sonntag auch ein Triathlon gemacht. Viele glauben ja, das sei dein Bruder, dein Zwillingsbruder. Ihr seht euch relativ ähnlich, aber nein, dem ist nicht so. Dein leiblicher Bruder war dabei. So ist es, mein leiblicher Bruder. Ich habe sogar einen Zwillingsbruder, aber er heißt auch nicht Jonas oder ist auch nicht Jonas Deichmann und war auch nicht derjenige, der mit war. Okay. Genau, aber falls es mal irgendwie jemanden gibt, der so ähnlich aussieht wie ich und könnte sogar mein Bruder sein, dadurch, dass ich drei Brüder habe. Und der eine von denen war mit und war wie im vergangenen Jahr mein Support und hatte auch meine beiden Kinder mit, die beiden Älteren, die auch einen richtig guten Supporterjob gemacht haben. Und die sind aber nicht mit auf die letzten zehn Kilometer gegangen, weil es da schon so war, dass sie mitjobben müssen und so. Die haben den Support bei der Wechselzone gemacht und auf der Radstrecke und am Anfang der Laufstrecke, da waren sie richtig begeistert dabei. So war das halt auch schon nochmal ein ganz anderes Gefühl für mich. Und ja, da quasi meine Familie um mich herum zu haben, als zum Beispiel in Hamburg, wo man die Familie oder seine Freunde immer alles hier oder jede Runde einmal sieht. So sieht man die hier, weiß ich nicht, je nachdem, wie man es einteilt, alle zwei Kilometer oder so. Ja, aber auf jeden Fall gingen wir in die letzten fünf Kilometer rein. Ja, engagiert, würde ich mal sagen. Und dann nach einem guten Kilometer hat mein Bruder einmal mich, ja, sage ich mal lauthals darauf aufmerksam gemacht, dass da vor uns die Franzosen laufen, die zu dem aktuellen Zeitpunkt Dritter waren. Und dann, ja, war da nochmal so eine gewisse Flamme in mir erweckt und wir haben da wirklich richtig Betrieb gemacht und haben dann halt vor uns gesehen, wie der französische Athlet auch schon ein bisschen, ja, struggelt. Aber wer noch viel mehr gestruggelt hat als der französische Athlet war, der Supporter. Dann haben wir halt von weitem nur gesehen, dass der Abstand zwischen dem Supporter und dem Athleten immer größer wurde und wir aber auch immer näher herankamen. Und, ja, dann ereignete sich so knapp, vielleicht so knapp ein Kilometer vorm Ziel noch nicht mal. Also ich hatte wirklich so ein bisschen Angst, habe immer auf die Uhr geguckt, wie viele Meter uns da wirklich noch bleiben, die beiden einzuholen. Ja. Und es hat dann wirklich dafür gereicht, dass wir, ja, lass es 800 Meter sein oder so, haben wir den französischen Support geholt und dann war ich so angefixt, dass ich auf jeden Fall noch den Athleten haben wollte. Und bin dann meinem Bruder da auch noch ein bisschen weggesandt und der hat den französischen Support dann überholt. Da war dann ein richtiger Wettkampf auf den letzten Metern um die Podiumsplätze. Und als ich dann den französischen Athleten habe, habe ich auch noch den Norweger überholt, der die ganze Zeit auf Platz zwei lag und eben zu schnell geschwommen ist. Weil dem sind die Kräfte komplett nett ausgegangen und der wurde eher so ein bisschen von seinen Supportern unterstützt und da noch, ja, beschäftigt, da weiter nach oben zu laufen. Von daher wirklich ein fantastisches Rennen oder ein super Rennen mit einem Ausgang, den ich nie erwartet hätte. Und da hat man einfach gesehen, wie wichtig der Supporter ist, dass der eben auch in der Reichsbreite bleibt. Weil man, wenn man über die Ziellinie läuft, muss der Supporter spätestens oder darf maximal eine Minute nach dem Magneten ins Ziel kommen. Und so war es dann, dass ich ganz oben war, sicherheitshalber kurz auf meinen Bruder gewartet habe und dann aber über die Ziellinie gehen konnte und der französische Athlet auch oben war und ein bisschen geflucht hat, dass sein Supporter ja nicht mehr ganz so die Kräfte hatte, wie er es vielleicht hätte haben sollen. Ja, oh ja, Dramen spielen sich ab am Ghost da toppen. Auf jeden Fall. Wir könnten noch ganz viele Geschichten erzählen darüber, aber erzähl mal, wo gibt es diese Geschichten zu sehen, zu hören? Ja, die Geschichte gibt es auf jeden Fall zu sehen und zu hören bei unserer Serie von Going Long. Ein bisschen Videomaterial habe ich in Norwegen gesammelt und da gibt es wahrscheinlich auch noch mal einen bisschen tieferen Einblick in das Ganze, wie das Rennen war, wie dieses Mal oder wie man das dieses Jahr und mit letztem Jahr vergleichen kann. Da gab es ja schon noch mal ein paar Unterschiede. Genau, aber letztendlich war das ein kleines Sinn, dass man dann auch noch mal woanders verfolgen kann. Es gab ja, so wie ich es auf jeden Fall mitbekommen und verfolgt habe, noch ganz andere Sachen. Ja, wir reden über ganz andere Sachen. Wir haben großen Triathlon hier in Paris natürlich erlebt gestern auf ganz kleinen Distanzen. Bevor wir das machen, machen wir einen Moment Werbung. Einer unserer beiden Partner dieser Episode ist nämlich Tubolito. Tubolito ist ein Unternehmen aus Wien und Weltmarktführer bei Fahrradschläuchen aus TPU, einem sehr leistungsfähigen Kunststoff. Tubolito hat High-End-Fahrradschläuche für alle Fahrräder im Sortiment. Die Produkte von Tubolito zeichnen sich durch geringes Gewicht, durch große Pannensicherheit und ein kleines Packmaß aus. Für limitierte Zeit und eine geringe Stückzahl gibt es jetzt bei Tubolito die Special Edition in Lightning Green. Diese Tubolitos sind nicht nur wie gewohnt leicht stabil und kompakt, sondern auch mit einem ästhetischen blitzgrünen Ventil ausgestattet. Sehe dir also jetzt deinen Tubolito Road Lightning Green über tubolito.com.shop und mit dem Gutscheincode CARBON20, kleines C, CARBON und dann die Ziffern 2,0 angehängt, der Gutscheincode CARBON20. Damit sparst du 20% auf Bestellungen unter tubolito.com.shop. Das Ganze gilt bis zum Ende dieses Monats, bis zum 31.08.2024. Und den Link und den Code stellen wir natürlich wieder in unsere Shownotes. Ja, wir sind in Paris und der Triathlon zumindest ist zu Ende. Heute ist Dienstag, die Olympischen Spiele gehen noch bis zum Sonntag, bevor dann die Flagge, pektakulärer Art, wie wir gehört haben, nach L.A. übergeben wird. Und Triathlon ist Geschichte. Wir haben die siebten Einzelentscheidungen in der Olympischen Geschichte gesehen und das zweite Mixed Relay. Das war nämlich gestern, oder wir sagen ja die Mixed Relay, weil die Staffel. Und das haben, glaube ich, alle mitbekommen, wie es geendet ist. Deutschland ist Olympiasieger. Die dritte Medaille. Seit 2000 geht unsere Medaillengeschichte, ja. Stefan Mutschkowitsch, damals in Sydney vor dem Opernhaus. Und dann Jan Frodeno, einer der ersten Gratulanten übrigens hier und einer der lautesten TV-Kommentatoren, wie ich gehört habe. Er hat das Ganze hier miterlebt und mitgefeiert. Er hat 2008 Einzelgold geholt in Peking. Und jetzt war er hier vor Ort, um zu sehen, wie Deutschland wieder Olympiasieger wird. In der Besetzung Tim Helwig, Lisa Terzsch, Lasse Lüß und Laura Lindemann. Ja, da haben wir sie, die vier Gold-Hironen. Ja, du hast es verfolgt, ich habe es verfolgt, auf unterschiedliche Art. Ja, du direkt vor Ort, ich am Fernseher, früßem Morgens, im Livestream. Wahrscheinlich habe ich sogar im Livestream noch mehr Hexen davon mitbekommen, als du direkt vor Ort. Ich weiß nicht, wie du das gesamte Rennengeschehen verfolgen konntest, aber ich würde mal sagen, wenn man sich so ganz davon abgesehen, wie das Ergebnis jetzt für die Deutschen ausgegangen ist, muss man sagen, dass das Thema Mixed Relay, glaube ich, ein richtig spannendes und super Format ist. Also ich überlege, dass das Ganze jetzt ja wirklich fast Spielfilmlänge hatte. Mit einer Stunde 25 sind wir da knapp an den 90 Minuten dran. Und ich würde behaupten, es gab zu keinem einzigen Zeitpunkt dieser 90 Minuten so eine Phase, wo man gedacht hat, ich könnte abschalten, umschalten. Da war man eher verärgert, dass im Livestream auf einmal beim dritten Wechsel auf Glasse Lüß die Nachrichten in den Livestream kamen und man da auf einmal das Schwimmen nicht sehen konnte, sondern das Weltgeschehen dann auf einmal in den Vordergrund gestellt wurde. Noch schlimmer war es ja beim Basketball 3 gegen 3, als Deutschland im Finale gegen Spanien gespielt hat und 25 Sekunden vor dem Ende bei einer hochdünnen Entscheidung dann auf die Werbung umgeschaltet wurde, die natürlich vor der Heute-Sendung noch kommen musste. Ja, das war so ein bisschen ein Ärgernis, habe ich heute wahrgenommen, aber umso erfreulicher natürlich, dass du das Allermeiste gestern sehen konntest, ich auch. Also du hast gefragt, wie ich es wahrgenommen habe. Ich war tatsächlich die ganze Zeit innerhalb des Venues, innerhalb des Wettkampfgeländes, wollte nicht durch die Sicherheitskontrolle raus, weil bei dem stelllieblichen Format hätte ich da viele Dinge verpasst und ich habe das Ganze, also wenn ich nicht gerade durch den Kamerasucher geschaut habe, habe ich das Ganze tatsächlich auch auf Großleinwand gesehen mit Live-Kommentar von Greg Welch vor Ort und, ach, wie heißt sie denn, die französische Triathletin, Profitriathletin gewesen, früher Harris, Jessica Harris und ja, von daher war ich auch bestens informiert. Greg Welch, ja auch Kurzdistanz-Weltmeister, Ironman-Weltmeister, weiß, wovon er spricht, tut das seit vielen Jahren, hat irgendwann seine Karriere wegen Herzproblemen mal beenden müssen, aber ist dem Sport und Ironman vor allen Dingen als Kommentatorteuge geblieben. Jetzt eben auch mal für ihn ein ganz anderes Format. Ja, aber wenn du schon das Bild des Spielfilms bemühst, der Klimi ging ja schon vorher los, das heißt, er hat sich ja schon durch die ganzen Spiele gezogen. Wir standen ja wieder vor der Frage, findet es statt oder findet es nicht statt? Hatten aber so eine gewisse Tendenz, weil wir die Tage vorher schon mitbekommen haben, die ganzen Schwimmtraining-Sessions sind wieder ausgefallen, wurden wieder abgesagt, aus Sicherheitsgründen, wegen der Wasserqualität der Sen, aber immer auch mit dem Zusatz, wir haben es frühzeitig abgesagt, damit die Athleten frühzeitig planen können und als bis zum Sonntagabend keine Absage für die Mix Relay kam, waren wir uns also sicher, das Rennen wird auch am Montag stattfinden, denn sonst hätte man dieses Mal eher abgesagt oder eher auf den Dienstag verschoben. Ja, letztendlich wissen wir um die Wasserqualität der Sen und gerade so in Luftbildern sieht man das, glaube ich, ganz gut, was das für eine Brühe ist, wobei die Färbung ja nicht unbedingt dafür spricht, was auch wirklich an Mikroorganismen drin ist. Es war eine Punktlandung, es hat stattgefunden, es hat spektakuläre Bilder produziert, das Thema ist auf- und abdiskutiert worden, auch teilweise recht unsäglich, wenn ich so an ein großes Nachrichtenmedium in Deutschland, wenn ich da dran denke, dass die eine riesen Story darüber gemacht haben, dass sich ein Athlet nach dem Einzelrennen übergeben hat. Also Lars, mal ehrlich, das hast du wahrscheinlich auch schon gemacht, ich habe es auch gemacht und es war nicht die Kolibakterien schuld, sondern das passiert einfach mal nach dem Triathlon. Wenn das einen von 110 Athleten trifft, dann ist das, glaube ich, noch im Rahmen. Das wurde da auf die Wasserqualität bezogen. Wir hören aber auch, dass es einigen Leuten nicht ganz so gut ging. Das belgische Team musste absagen wegen einer Magen-Darm-Problematik einer Athletin, sodass so 15 Teams am Start waren. Ja, ich glaube, was man daraus machen kann, ist, dass man an zukünftige Veranstalter appellieren muss, dass das Thema ernst genommen wird. Ja, und man es nicht auf die lange Bank schiebt oder sagt, okay, es wird schon gut gehen und wir haben keinen Plan B. Duatlon ist sicher ein ganz, ganz schlechter Plan B. Ein Plan B, mit dem Athleten auf keinen Fall zufrieden sein können, weil auch die Olympiasieger hinterher sich immer wieder würden sagen lassen müssen, ach, es war ja nur Duatlon. Aber die nächsten beiden Rennen finden im offenen Gewässer statt, in L.A. am Strand von Long Beach, in Brisbane an der Gold Coast. Da kennt man Triathlon. Ja, da ist dann eher die Gefahr, dass man von größeren Tierenorganismen gebissen wird. Ja, da gibt es durchaus immer mal wieder Haie im Surfers Paradise, aber auch da kann man Vorkehrungen für treffen und von daher glaube ich, dass wir diese Problematik so schnell nicht wieder haben werden. Vielleicht dann 2040, wenn die Olympischen Spieler in Deutschland stattfinden und die Alster Blaualgen trägt oder der Olympiasee in München oder die Spree in Berlin. Wir wissen es noch nicht. Ja, oder der Medienhafen in Düsseldorf. Wir wissen es noch nicht. Das kristallisiert sich alles innerhalb des nächsten Jahres raus, mit wem wir uns bewerben und wo denn der Triathlon stattfinden könnte, wenn Olympische Spiele mal nach Deutschland kommen würden. Aber das ist zu weit in die Zukunft geschaut. Schauen wir zurück auf gestern. Ich glaube, es gibt viele Faktoren, die da mit reinspielen. Letztendlich so den Faktor Regen oder Wetterbedingungen, die gehören, glaube ich, bei Freiluftwettkämpfen einfach dazu. Das ist so ein Faktor, den man nicht beeinflussen kann. Wer weiß, dass viele Abwasser dann in das jeweilige Gewässer fließen und dadurch dann das Gewässer umkippen kann, ist es wahrscheinlich schon so ein bisschen unglücklich, dass damit nicht anders kommuniziert wird, was man auf jeden Fall gesehen hat. Warum schwimmen wir beim Ironman Frankfurt nicht im Main? Die Schifffahrt ist nicht das Problem. Die Strömung ist nicht das Problem. Da gibt es Schleusen. Man kann vieles steuern, man kann vieles regulieren. Aber das ist genau das Problem. Wenn es da schüttet, dann fließt in Frankfurt und in den vorgelagerten Orden viel Wasser zusätzlich in den Main rein. Und dann wäre das Schwimmen da nicht möglich. Das ist der gleiche Grund. Hier in Frankreich hat man es durchgezogen. In Frankfurt traut man sich das nicht. Ja gut, da weiß man ja auch, was dann für ein Peschen kommen würde. Dann sind es nicht nur 150 Athleten, sondern ein paar mehr, die da raushauen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass es natürlich jetzt, wenn man im Nachhinein ist, wahrscheinlich die richtige Entscheidung war, die Wettkämpfe durchzuziehen. Auch mit den Bildern, die man gesehen hat und in den ganzen Zuschauern. Wenn ich dann überlege, dass man eventuell die Thiathlon-Wettkämpfe, weiß ich nicht, Richtung raus an die Ruderstrecke schafft, um da irgendwie eventuell gute Wasserqualität zu haben, dann hätte man bei Weitem nicht die Menschenmassen wahrscheinlich erreicht, die jetzt Thiathlon gesehen haben. Und das Gleiche gilt ja auch zum Beispiel, wenn man sich an London erinnert. Da war es ja im Hyde Park, das Schwimmen, da waren ja auch Menschenmatten an der Strecke. Also ich glaube, es ist für viele Veranstalter schon, muss es das Ziel sein, irgendwie den Thiathlon in das Herz der Stadt zu kriegen, dass man da wirklich nicht nur tolle Bilder hat, sondern eben auch die Menschen erreicht. Und was es eben ausmacht, glaube ich, hat man einfach gesehen, wenn man die Zuschauer an der Strecke gesehen hat. Und das ist ja nicht so irgendwie eine Primetime-Uhrzeit wie, keine Ahnung, 14 oder 19 Uhr, sondern das war morgens um 8 Uhr waren da zigtausend Leute an der Strecke, um sich das Rennen anzugucken. Und ich glaube, das ist schon nochmal ein riesen Unterschied für die Athleten. Ja, also ich denke mal, es hat auf jeden Fall auch eine Risikoabwägung stattgefunden. Ich habe heute ein Pressekommunité des Weltschwimmverbandes bekommen, die das Testschwimmen heute Morgen abgesagt haben für das Freibasserevent. Aber ich sage mal, zum Thema Risikoabwägung gehört es halt auch, dass eben die Schwimmstrecke jetzt beim Mixed Relay nur 300 Meter lang ist. Bei den Freibasserschwimmen geht es um 10 Kilometer und die müssen sich auch verpflegen während des Rennen. Ja, die bekommen Getränke, bekommen teilweise auch feste Ideen wie Riegel angereicht oder Gels, die natürlich schnell in Kontakt mit Wasser kommen können im Allfall des Gefechts. Da ist das nochmal was anderes. In dem Kommuniqué standen auch erstmals Messwerte drin, die mit gut bis sehr gut bezeichnet wurden auch. Aber der Weltschwimmverband hat trotzdem gesagt, das reicht uns nicht. Der Triathlonverband hat gesagt, es reicht uns. Es sind natürlich immer tagesweise Unterschiede, aber ich gehe mal davon aus, dass meine Prognose ist, dass wir die Freiwasserwettkämpfe, die am Donnerstag und Freitag um 7.30 Uhr starten sollten, erst am Samstag sehen werden und zwar auf der Ruderstrecke. Aber das ist ein Event, das ist ja jetzt nicht so ein riesen Zuschauermagnet. Es sei denn, es findet wirklich in London im Zentrum statt. Und selbst in Rio an der Copacabana war das ja, es ist weit weg und man sieht nicht viel. Es könnte sein, dass hier, wenn man denn die Strecke entsprechend öffnet, das heißt für Zuschauer zugänglich macht, dass man ein bisschen mehr sieht, aber das Event würde es wahrscheinlich eher vertragen, auf die Ruderstrecke zu gehen, und da bin ich voll bei dir, als auf diese Bilder, die das hier produziert hat, zu verzichten. Ja, das glaube ich auch. Ja, also für jetzt, sage ich mal, hoffentlich auch im Sinne der Athleten, denen es hoffentlich allen auch weiterhin gut gehen wird, Schwamm drüber. Aber für die Zukunft muss man auf jeden Fall das Thema anders angehen, als es hier passiert ist. Das wird ein Makel bleiben, der an diesen Spielen heftet und haften bleiben wird, der aber natürlich nicht überstrahlen soll, was wir hier an Sport sehen. Und das dürfen wir jetzt mit stolzer Brust aus deutscher Sicht sagen, noch einmal, wir sind Olympiasiker. So ist es. Und in was für einer Manier, muss man ja auch sagen, vorhin gab es ja auch so unterschiedliche Stimmen, wenn man in die Social Media geguckt hat, ob da die Auswahl der Athleten die richtige ist oder nicht. Gerade nach dem Männerrennen haben sich da einige wahrscheinlich doch eventuell eine andere Ausstellung gewünscht, so wie es schien. Aber man muss dazu sagen, ja, die Staffel hat von dich aus meiner Sicht auf allen Plätzen komplett überzeugt. Und das hat angefangen mit Tim Melwig als Startläufer und hat dann eben aufgehört mit Laura Lindemann. Aber wenn man sich eben so ein Staffel-Event anguckt, genauso wie es jetzt war, ist es einfach so, dass da wirklich alle Athleten und Athletinnen wirklich so wie kleine Zahnräder ineinander fassen müssen. Und da hat jeder einfach eine taktische Meisterleistung gemacht, schon mit der Aufstellung der Staffel und dann auch jede Athletin und jede Athlete, die da jetzt unterwegs waren, fand ich, haben wirklich, wie sie quasi ihre Möglichkeiten in dem Rennverlauf gezeigt haben, wirklich richtig gut ausgespielt. Also wenn man jetzt anguckt, Tim Melwig ist gegen den Olympiasieger NXG unterwegs und verliert gegenüber ihm jetzt drei Sekunden. Das ist dann schon, natürlich ist es nur eine kurze Strecke, aber jeder weiß, dass gerade beim Supersprint so ein, zwei Sekunden extrem viel ausmachen können. Und wenn er da quasi dann wirklich so schon die Lücke eigentlich gering hält und Lisa Terzsch da eine gute Ausgangsposition gibt auf der zweiten Position, ist es einfach, ja, fand ich schon so ein Hochgenuss, das mitzubekommen. Und dann, ja, bleiben wir noch mal kurz ganz vorne. Es wird international nämlich tatsächlich kritisiert, dieser geringe Rückstand auf LXG, der nach Meinung internationaler Kollegen auch daraus resultiert, dass der Melwig einen Fehlstart hingelegt hat. Ich war beim Start oben auf der Pont Alexandre-Trois, habe den Start quasi von oben fotografiert. Das sind ein paar Meter. und wie schon beim Einzelrennen, jetzt muss ich gerade überlegen, welches Rennen war es denn noch? Ich glaube, es war das Einzelrennen der Frauen. Da war ich direkt auf dem Startpanton an der Seite. Da war es ja so, dass das rechte Feld schon reingesprungen ist, das linke noch nicht und das deutlich vor dem Startsignal. Jetzt war ich ein paar Meter mehr weg. Also ich habe auch schon gesehen, dass die Athleten teilweise gesprungen sind, bevor das Startsignal zumindest akustisch bei mir angekommen ist. Aber auf meinem Foto, was ich von da oben gemacht habe, sehe ich auch einzelne Athleten, die deutlich eher im Wasser sind als die anderen. Es gab auch eine Zeitstrafe, ich glaube, für den Italiener, der als einziger eine bekommen hat. Und da gibt es Diskussionen, warum hat denn Tim Hellwig keine bekommen? Zeitstrafe bedeutet, dass man in der ersten Wechselzone zehn Sekunden festgehalten wird von einem Kampfrichter, der darauf achtet, dass man diese zehn Sekunden auch einhält. Ich weiß, wie das Ganze dokumentiert wird. Das ist jedes Mal das Gleiche. Es gibt einen Kampfrichter, der steht direkt neben dem Starterfeld, sucht sich eine Position, wo er das ganze Starterfeld sehen kann und hat ein großes iPad dabei, das irgendwie noch so einen Sicherheitsrahmen hat. Und der filmt den Start, um eben hinterher, dann mit Mehr-Augen-Prinzip, dann schauen verschiedene drauf, gucken zu können, war es ein regulärer Start oder gab es einen Frühstart. Jetzt muss man ehrlich sagen, ja, ich glaube, es ist mehr als ein Update früher gestartet und ich sehe auch Tim Hellwig früh im Wasser. Allerdings ist es eine Tatsachenentscheidung und die ist gefallen. Dann in diesem Mehr-Augen-Prinzip, dass sich mehrere Kampfrichter das angeschaut haben und es gab nur diese eine Zeitstrafe. Das ist so, das ist jetzt Tatsache. Und auch damit muss man sagen, Schwamm drüber. Ich glaube nicht, dass das Rennen entscheidend war, aber um diese Diskussion noch mal so ein bisschen einzuordnen, es gibt eben diese Tatsachenentscheidung im Triathlon, es gibt Einspruchsfristen danach und am Ende gibt es ein gültiges Ergebnis und das ist es jetzt. Und ja, wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen, ich kann es nur anhand der Bilder sehen, dass es unterschiedliche Startgeschwindigkeiten gab, ob das jetzt an einer besonders guten Reaktionszeit liegt oder ob es tatsächlich ein Fehlstart mehrerer Athleten war. Das war dahingestellt, es schmälert die Leistung nicht, das Feld hat sich rasend schnell auf den Weg gemacht, das geht ja flussabwärts dann mit einer deutlich krassen Strömungsgeschwindigkeit, die alle ganz schnell zur ersten Boje führt. Und dann ist es sehr interessant, welchen Rückweg die Athleten wählen. Die sind ja wirklich ganz nah an den Booten, die da seitlich in der Seine ankern, landgeschwommen, um eben der stärkeren Strömung in der Mitte zu entgehen. Teilweise mit taktischen Chinesen. Lisa Terch ist dann noch mal quasi gegen den Strom ein Stück geschwommen, zwischen den Bojen und hat sich dann um die Boje zurücktreiben lassen. Also sehr, sehr gut gedacht, sehr gut gemacht. Also man sieht, die Deutschen haben durchaus ihre Hausaufgaben auch gemacht, gerade was so das Thema Schwimmtaktik bedeutet. Ja, wo du die Schwimmtaktik ansprichst, das sieht man ja auch schon bei Laura Lindemann, die ja dann, als sie um die Boje zur Gegenströmung wechselt, vor ihr ist, best potter. Und sie dann nicht direkt zu den Booten schwimmt, sondern versucht irgendwie so ein bisschen mehr Gegenströmung, aber den kürzeren Weg dann doch die Distanzen ein bisschen zu reduzieren. Und ich fand, da war es schon in den Fernsehbildern extrem zu sehen oder war sehr spannend zu sehen, was die Strömung für einen Einfluss hat. Also die Athletinnen, das war ja dann Bestpotter, Laura Lindemann und Taylor Nipp, die auf Position 3 war. Und es wirkte ja so, als ob die wirklich fast Fuß an Fuß schwimmen oder Fuß an Hagen schwimmen, dass das nicht weit ist. Aber aufgrund dessen, dass die Strömung so stark war, waren es dann halt eben diese 5 bis 10 Sekunden, die sie da eben durch Rückstand hatten, enorm, was das ausgemacht hat und wie es wirklich auch dieses Feld beeinflusst hat. Aber wie du sagst, da wurde im Vorhinein wirklich richtig gut gearbeitet, weil der schon mal eventuell in der Strömung unterwegs war. Ich kenne es zum Beispiel vom Rudern ganz stark, vom Coastal-Rudern. Da ist es auch so, dass man da mit der Tiegenströmung teilweise arbeiten muss. Was das für einen Unterschied machen kann. Und da war es einfach so, dass die Deutschen da wirklich richtig gute Arbeit geleistet haben und eben da eventuell auch schon richtig gut profitiert haben. Ja, am krassesten sieht man das immer, wenn man Tracks sieht von Ärmelkanalschwimmern. Also die Luftlinie-Distanz ist irgendwie 33, 34 Kilometer, aber die geschwommene Distanz ist dann meistens über 50, wobei, ja, das ist die zurückgelegte Distanz im Track, aber relativ auf die sich bewegende Wassermenge gesehen ist, ist das ja dann doch, man ist am Ende diese 33 Kilometer geschwommen. Das ist wie beim Ballonfahren. Ich war jahrelang Erdferkel als Schüler und Student, also im Bodenteam eines Ballonteams. Ich habe also dafür gesorgt, dass der Ballon irgendwann losfahren kann und dass er auch sicher wieder auf den Boden kommt und alle sicher aus dem Korb rauskommen. Und durfte dann auch jede Saison eine Fahrt mitmachen, aktiv oben. Und da ist es windstill. Also es denkt man, da oben ist es so windig und so kalt. Nein, man steht unter heißer Luft und man bewegt sich relativ mit der Luft. Und so ist es hier halt auch. Man hätte gar nicht die Arme bewegen müssen, wäre trotzdem sehr schnell an der Boje gewesen. Aber wenn man dann die Arme nicht bewichtete, wäre man da gewesen, wo wir gerade darüber gesprochen haben. Na, Ärmelkanal. Siehst du? Ja. Genau. Aber dementsprechend war es schon sehr gut zu sehen. Wobei, wenn wir auch nochmal auf diese Fehlstartproblematik eingehen, ich weiß nicht, wie es vor Ort war. Ich bin der Meinung, dass es eigentlich zwei Startsignale gibt. Also das irgendwie heißt Take Your Marks und dann kommt eigentlich schon dieser kleine Piep für die Sportler. Und den Piep, den man im Fernsehen hört, ist quasi nochmal einfach so ein lauterer zweiter Signalton, der quasi den Start auch für die Außenstehende irgendwie markiert. Ja, ja. Interessante Geschichte. Gerade hier im Leichtathletikstadion. 110 Meter Hürden der Männer. Da gab es Vorläufe oder Hoffnungsläufe. Ich habe das nicht so genau verfolgt, weil ich mich auf einen Weitsprung konzentriert hatte mit Malayka am Mihambo. Aber da gab es Fehlstarts des gesamten Feldes fast, die aber sofort wieder gestoppt sind ohne Startsignal. Da war nämlich die Startpistole kaputt. Ja, und die waren so angespannt, dass sie halt irgendwann diese Anspannung gelöst haben. Und ich glaube, wenn dann einer zuckt, zucken sie alle und laufen los. Aber es hat nie das Startsignal gegeben. Ja, das ist einfach dann so diese Erwartungshaltung. Gleich kommt der Startschuss. Und ich weiß, aus dem Schwimmsport gibt es da viele Diskussionen. Wie lange darf der Abstand sein irgendwie? Und da gibt es unterschiedliche Starter und beliebte und unbeliebte Starter. Hier ist es einfach so, take your marks. Und dann geht es relativ schnell los, weil wenn sich dieses Feld einmal aus einem, zwei Meter Rückstand an die Startkante begibt, irgendwann plumpst der erste rein. Ja, das muss relativ schnell gehen. Und das wissen alle. Und ja, aber gehen wir ins Rennen. 15 Mannschaften am Start. Und wir kennen inzwischen ja genug Mixed Relays. Am Anfang tut sich da noch nicht so viel. Das ist auch eine taktische Geschichte. Man versucht, glaube ich, schon, gerade die erste Position so zu besetzen, dass man auf jeden Fall nicht abreißt. Weil das haben wir auch gesehen, wenn man einmal abreißt, dann ist es ganz schwer, wieder ranzukommen. Vorne zerlegt es sich dann irgendwann in einzelne Teile. Aber wer am Anfang raus ist, der hat de facto keine Chance mehr, weil natürlich ein Feld, was noch kompakt ist, deutlich schneller unterwegs ist in der Regel, als Athleten, die einzeln abgehängt sind. Und da hat es zwei Prominente erwischt. Und zwar Piano Coiré. Die Teams aus Frankreich. Genau, aus Frankreich und Neuseeland. Wobei Neuseeland eventuell gar nicht so oder wahrscheinlich nicht ganz die Rolle um die Medaillen gespielt hätte, weil sie in der Breite nicht ganz so ausgestellt sind wie andere Nationen. Aber mit Pierre Lecoiré hat es natürlich jemanden getroffen von dem einheimischen Team der Franzosen, die definitiv in der Besetzung und auch in der Leistung, wie sie sich in den Einzelwettkämpfen präsentiert haben, definitiv um die Medaillen mitgekämpft hätten. Gerade auch mit der Schlussläuferin Cassane Brocro waren sie definitiv so eigentlich in der Position, dass sie da auch um die Medaillen hätten mitkämpfen können. Aber wie du sagst, ja, dann der Ausrutscher von Hayden Wilde in der Kurve und Pierre Lecoiré war dann derjenige, der eben die schlechteste Position hatte und mit abgeräumt wurde. Und dann waren es eben, ich weiß gar nicht, auf der Radstrecke waren es dann irgendwie so knappe 20, 25 Sekunden, die er dann dadurch verloren hat. Hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber wie am Anfang gesagt, so ein, zwei Sekunden machen schon extrem viel aus und dann sind 22 Sekunden in Welten. Ja, also für mich waren die Franzosen der haushohe Favorit vorheimischem Publikum. Und auch wenn man auf die, du hast es erwähnt, auf die Einzelergebnisse guckt, die Briten haben ja ein bisschen anders besetzt, die haben taktisch besetzt, die haben bei den Männern gesucht, der kann unseren Alexi irgendwo in eine Position bringen, dass der eins mit Gold holt. Ja, das hat ja auch geklappt dann, die Franzosen durchweg stark besetzt. Und die waren für mich der haushohe Favorit. Deutschland nicht. Ja, Deutschland hat zwar zwei Weltmeistertitel zuletzt abgeräumt und im letzten Jahr das Test-Event gewonnen, aber nach den Einzelergebnissen, gerade bei den Männern, gehörten sie für mich jetzt nicht zum Favoritenkreis um Gold. Also auch eine Medaille hatte ich schon gehofft. Herbert Tim Helwig hat seine Aufgabe gut gemacht, du hast es erwähnt, mit dem Alexi mitzulaufen. Das muss man erstmal können. Ja, und von daher wurde das Feld etwas kleiner und beim Laufen haben sich dann drei Mannschaften auch so ein bisschen abgesetzt. Das waren die Kollegen aus der Schweiz, das waren die Briten und wir waren auch dabei, dank Tim Helwig. Und das war natürlich dann eine komfortable Situation, dass es schon so einen kleinen Riss gab im Feld, den Lisa Terzsch dann nutzen konnte. Bei einem Rennen stürzen die einen, das waren beim Einzelrennen der Frauen, unter anderem eben Lisa Terzsch und Laura Lindemann. Jetzt sind es halt die anderen gewesen, die Neuseeländer und die Franzosen. So hart ist der Sport und die Franzosen erstmal weit hinter sich zu haben, ist dann schon ein Vorteil. Ja, Lisa Terzsch hat dann das gemacht, was man von ihr eigentlich erwartet hatte. Wir wissen, sie ist laufstark, wir wissen, sie ist schwimmstark, sie hat eine tolle taktische Leistung beim Schwimmen in Bezug aufs Wasser gezeigt und auf dem Rad ist sie diesmal durchgekommen. Ja, was natürlich erwartet wurde, man stürzt nicht zweimal bei Olympia. Also gut, Taylor Nipp hat es dreimal gemacht, aber es war in einem Rennen ein Einzelzeitschrank. Und ja, zur Hälfte des Rennens Deutschland in Führung. Ja, da muss man halt auch sagen, dass Lisa Terzsch einfach wirklich taktisch das enorm klug gemacht hat, auch wenn es ab Anfang vielleicht so ein bisschen so aussah, dass sie beim Radfahren da abreißen lassen muss. hat sie es genau wichtig gemacht, dass sie da wirklich darauf vertraut hat, dass sie ab dem Tag auch wieder den schnellsten Lauf laufen kann und hat es dann eben wirklich geschafft, auf Platz 1 zu übergeben und hat eine Georgia Taylor-Brown, die ja zu dem Zeitpunkt auch vorne gelaufen ist, wirklich noch überholt und die Lücke halt geschlossen und konnte Lasse Nürster in eine Position bringen, die wahrscheinlich auch ziemlich geholfen hat, dass er da gut mitgehen konnte und eben schon mal mit einer gewissen Sicherheit auf seine Runde gehen konnte. Ja, also für mich Lasse Nürster ist so ein bisschen der Wackelkandidat. Oder auch nicht. Ich meine, er hat in Hamburg ja auch gezeigt, dass man nach einem nicht so tollen Einzelrennen, wobei es dann nur über die Sprintdistanz ging, trotzdem in der Staffel gut performen kann, wobei man natürlich ganz klar sagen muss, die Staffel in Hamburg war nicht so besetzt wie die Olympiastaffel hier international. Das muss man ganz klar sagen. Und der hat seine Aufgabe gut gemacht. Der konnte zwar am Ende nicht so ganz mit den Briten mithalten, aber da ging es so um Sekundenbruchteile. Das war vorher ganz anders bei dieser Terzsch, die ja am Ende echt da noch auf der abschüssigen Rampe da zum Wasser runter, also die Sen liegt unten und die Straßen oben, die Brücke. Es gab eben diese Rampe abwärts nochmal mit zwei Kehren, was sie da noch rausgezaubert hat. Das war Wahnsinn. Er konnte Nasselö ist jetzt nicht ganz mithalten, aber er hat eine Top-Leistung gezeigt, hat Deutschland da mit im Rennen gehalten, weil ich glaube, darum geht es dann. Wenn man einmal weg ist, ich habe es erwähnt, dann ist man weg, aber wenn man mit im Rennen bleibt, ja, dann ist das großartig. Und so kam es eben zu der Konstellation, dass wir eben mit im Rennen waren und an eine Laura Lindemann übergeben konnten. Unser Astro ist Ass im Ärmel, die natürlich auch Wut im Bauch hatte nach dem Einzelrennen. Also die war eine ganz klare Medaillenkandidatin. Und wer weiß, mit der Cassandre Bourgogne kann man sicher nicht jeden Tag mitrennen, aber wenn man die Chance hat, es zu tun, vielleicht wäre auch bei Laura Lindemann eine andere Laufzeit rausgekommen oder vielleicht auch der Hintergedanke, hey, geh hier jetzt nicht komplett all, 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 out, auch wenn es noch ein paar Tage sind bis zum Mixed Relay, aber die Medaille, die sitzt nicht mehr drin durch meinen Sturz. Und jetzt wusste sie, es geht um die Medaille und sie wusste auch in dem Moment, es geht nicht um irgendeine Medaille. Das Tor ist sperngelweit offen, den Sack hier richtig zuzumachen. Ja, und das wollte aber jemand verhindern. Über die haben wir schon gesprochen, Taylor Nipp. Die ist eben nicht nur eine starke Triathletin, sondern auf allen Distanzen, wenn ich so an ihren Auftritt beim Ironman Hawaii denke, vor eineinhalb Jahren, Nee, letztes Jahr. Doch, vor uns. Nee, nee, letztes Jahr. Letztes Jahr, genau, genau, genau. Im letzten Jahr. Und die hier immerhin im Einzelzeitfahren gefahren ist, weil sie sich als Nummer eins in Amerika durchgesetzt hat und auch nur gebremst wurde durch drei Stürze und ein defektes Radfasser noch getauscht werden musste und so, die wäre auch im Einzelzeitfahren weit, weit oben in die Top Ten gekommen und die hat natürlich das gemacht, was sie machen musste, das heißt, auf dem Rad die Attacke gesetzt und da dachte ich schon, okay, eine erfahrene Athletin wie Taylor Nipp, die hält das, aber die Deutschen haben dagegen gehalten. Laura Lindemann. Genau, aber man muss ja eigentlich schon mal dazu sagen, dass Taylor Nipp, die ja auch zumindest auf der langen Distanz zu den besten Schwimmerinnen gehört, die es auch einfach diesmal geschafft hat, schon mit ihrer Schwimmperformance gegenüber Laura Lindemann da eine Lücke kleiner zu machen, die im Vorhinein fünf Sekunden größer war. Und das hat natürlich dazu geführt, dass Taylor Nipp einfach auf dem Fahrrad auch noch dann die Chance hatte, da wieder quasi auf Silber oder ins Gold und Silber geschienen mit einzugreifen, was sie vorher sonst nicht gehabt hätte. Und so wie du sagst, fand ich auch, es war schon klar, okay, Taylor Nipp wird die Lücke schließen. Das hatte ich auch gesagt, dass aber Laura Lindemann dann taktisch so gut da mitgeht und da auch wirklich geschafft hat, die heranspringende Taylor Nipp dann zu halten und da in den Windschatten zu gehen und dort genau so zu spielen, dass sie eben gemeinsam mit der Amerikanerin die Lücke zu Wes Potter schließt, war ja eine richtig, richtig, richtig starke Leistung. Und was, glaube ich, auch noch ziemlich gut war, war, dass die Lücke erst zu Henry T. B. zu Wes Potter geschlossen wurde. Wes Potter hatte ja eigentlich eine ziemlich unglückliche Position, muss man dazu sagen, finde ich persönlich. Wenn man sich jetzt anguckt, Laura Lindemann und Taylor Nipp sind auf Position 2 und 3 und sie ist aber ab dem Schwimmen eigentlich auf Position 1, in der Position, wo man sagt, okay, jetzt warten, der Vorsprung ist auch zu groß und irgendwie ja nur so ein halbwarmes Rennen zu machen, um sich dann wohlmöglich einholen zu lassen, war auch nicht ganz so möglich. Deswegen fand ich, war das schon für Wes Potter eine echt unglückliche Situation, wo sie halt von Anfang an eigentlich all out gehen musste, ohne irgendwie eine Unterstützung zu haben. Ja, ja. Wenn wir uns mal angucken, wie eng das ist, also die Schwimmzeiten der drei. Laura Lindemann ist in 4,55 geschwommen, eine Taylor Nipp in 4,50, also fünf Sekunden schneller und Wes Potter lag dazwischen mit einer 4,53. alle anderen durchgehend, leider gab es doch die Brasilianerin Vitoria Lopez, die ist noch unter fünf Minuten geschwommen, bei allen anderen deutlich über fünf Minuten. Und es geht um Sekunden. Und darum ist mir eine Sache aufgefallen, wo man eigentlich auf dem Niveau keine Sekunden verlieren dürfte. Und das ist der Wechsel. Ja, eine Best Potter hat sowohl im ersten als auch im zweiten Wechsel vier Sekunden auf Laura Lindemann gut gemacht. Das ist eine Summe von acht Sekunden und Sekunden, die muss man erstmal woanders rausholen bei der hohen Leistungsdichte. Und als es zum zweiten Wechsel kam, dann hat man gedacht, okay, wir sind dabei, die sind alle gleich schnell. Und im zweiten Wechsel Best Potter 25 Sekunden, Taylor Nipp 27 Sekunden und Laura Lindemann, das hat man richtig gesehen, 29 Sekunden. Das sind vier Sekunden, die sie irgendwie vertüdelt hat, was in einer solchen Situation dich natürlich in enorme Bedrängnis bringt. Ich will jetzt nicht sagen, das darf nicht passieren. Nein, eigentlich darf es das nicht passieren, weil, ich sag mal, Rückstände im Wechsel sich einzuholen, vor allen Dingen in der Größenordnung, bei Standardprozessen, das ist, das ist, das ist ja wie Elfmeterschießen oder sowas. Ja, sowas muss man drin haben und da vier Sekunden zu verlieren, beimal, oh, am Ende hat es sich durch die Leistung weggemacht. Ja, also, ich weiß nicht, ob das nicht eventuell sogar so ein bisschen bewusster war, dass sie da langsamer gewechselt hat, dass sie eher gedacht hat, okay, hier auf jeden Fall keinen Fehler erlauben und dann eventuell ein, zwei Sekunden mehr in Kauf nehmen und sich da drauf, ja, nicht auszuruhen, aber schon da drauf zu vertrauen, dass eben die Laufleistung oder die weiteren Leistungen so passen, dass man die Lücke auf jeden Fall schließt. und zum Wechsel, zum Laufen habe ich auch gedacht, oh, das war jetzt ganz schön viel oder der Abstand da ja erstmal direkt riesig aus, der da entstanden ist, aber in der Manier und in der Schnelle, wie sie die Lücken geschlossen hat zu Taylor Nipp und Wes Potter war schon so, dass ich gedacht habe, okay, wie hat heute die Kräfte, dass sie da auf jeden Fall das Ding mitlaufen kann und da fand ich gab es nur noch mal einen kleinen Moment, wo ich so ein bisschen Angst hatte, dass das da ja eventuell den Sieg kostet, aber ich war mir schon ab dem Zeitpunkt, wo sie herangelaufen ist, habe ich gedacht, okay, das passt, weil ich fand Wes Potter sah zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr ganz so locker aus, wie sie sonst eventuell läuft, da war schon so ein bisschen mehr das Verkrampfte da und ganz kurz vor Schluss war es so, dass dort noch mal eine Barriere auf der linken Seite war und Taylor Nipp ist quasi von der Barriere so ein bisschen weiter quasi auf die Straße gelaufen und hat dann Laura Lindemann so für zwei Schritte ganz kurz aus dem Fit gebraten und da habe ich gedacht so, nicht, dass ihr das jetzt hier irgendwie im Ziel sprint was kostet, weil es war wirklich nicht mehr weit, aber dann hat sie sich ja wirklich da noch mal mit dem Sprit nach vorne gesetzt und hat quasi so die letzte Linkskurse in der führenden Position in Angriff genommen und da habe ich mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt, sie ist im Winter ist sie ein Indoor-Wettkampf in Frankreich gelaufen und dort hat sie es genauso gemacht, da hat sie auch kurz vor der Ziellinie, die auch links wegging, hat sie sich vorne hingesetzt, da war keine Westpotter dabei, aber da war eine Georgia Taylor-Brown zum Beispiel dabei und da hat sie es genauso gemacht, dass sie kurz bevor es in den Zielkorridor ging, sich so platziert hat und dann so gefühlt so breit gemacht hat, dass auf jeden Fall keine Athletin die Chance hat, an ihr vorbeizukommen und dass es dann am Ende bis auf den Zielstrich so reich war und das ist natürlich eine Riesengeschichte und ich glaube, dass mit Laura Lindemann auch wahrscheinlich die nicht passendste Athletin dahingesetzt wurde, weil sie einfach schon mehrfach quasi dieser Situation ausgesetzt war und es dann mit der Situation vielleicht schon so ein bisschen vertrauter war. Ja, ich kann mir auch vorstellen, du sprichst jetzt Indoor-Vend in Levine an in Frankreich, dass viele da auch hingefahren sind, um eben genau diese Dinge zu trainieren, im Hinblick auch auf Mixed Relay. Ja, das war ein großes Spektakel, viele Zuschauer, also eine schöne Show, sollten wir auch mal überlegen, ob wir da mal hinfahren im nächsten Jahr. Das war auf jeden Fall sicher eine gute Schule und gute Vorbereitung. Für mich, ich war auf der Fototribüne frontal zum Ziel, für mich sah das noch ein bisschen enger aus, als es dann tatsächlich war, weil wenn man die frontal auf sich zulaufen sieht und die sind noch 200 Meter vielleicht entfernt, man sieht diese Abstände nicht so. Man sieht nur, da schwurrten jetzt drei um den Sieg. Das habe ich hinterher auch erst in den Luftbildern vor allen Dingen gesehen, dass eigentlich der Punch schon vor der Kurve kam und sie da schon dafür besorgt hatte, dass bei drei ähnlich spurtstarken Athletinnen sie die Nase vorn behalten wird. Mit einer Taylor-Nipp habe ich da nicht mehr gerechnet, aber eine West Potter, die ist ja auch spurt erfahren, die hat Leichtathletik gemacht. Ich glaube, die war 2012 in London im 10.000-Meter-Lauf in der Leichtathletik unterwegs für Großbritannien. den muss man erstmal weglaufen und das hat Laura Lindemann gemacht und ich habe das gesehen, dass der Abstand ein bisschen größer war, als er so aussah. Das sieht man auch auf meinem Zielfoto, dann wo Laura Lindemann schon in der Sonne ist und die beiden anderen so hochstäblich und im Bild in den Schatten gestellt hat. Zwischen denen war es dann sehr knapp. Das war dann letztendlich eine Fotofinish-Entscheidung, wie man sie aus der Leichtathletik kennt. Ich habe es am Abend vorher schon erlebt, ich war hier beim 100-Meter-Lauf, da ging es um 40.000-Meter-Lauf und ich glaube, so groß war der Abstand dann auch nach einer Stunde 25. Es war ungefähr so wie die Abseitsentscheidung bei der Fußball-Kurfer-Meisterschaft. Okay, okay. Es war wirklich richtig, richtig knapp und im Gegensatz zu London, wo ja das Zielfoto gewendet werden konnte, wie man es wollte beim Frauenrennen oder die Perspektive suchen musste, war es hier schon auf dem Foto dann eindeutig. Anders waren sie schon zeitgleich über die Ziellinie und nichtsdestotrotz hat Taylor Nip die Silbermedaille für die Amerikaner ins Ziel gebracht und Beth Potter eben auch dann doppelt dekoriert noch mit Bronze in der Mix-Relay. Das war schon ein sehr, sehr spannendes Sen. Und was man aber sagen muss, fand ich, auch wenn der Abstand zu den vorderen drei Teams dann relativ gleich geblieben ist ab der zweiten oder ab der ersten Athletin suchen. Es ist einfach beeindruckend, dass Frankreich, die zwischenzeitlich nach dem Sturz auf dem letzten Platz lagen, es geschafft haben, sich eben auf dem vierten Platz vorzuarbeiten und dort zu bleiben. Natürlich ist es am Ende noch eine Minute Abstand zu den anderen Mannschaften, aber es ist einfach so, dass es wirklich dann hinten raus haben sie sich da nochmal richtig, richtig stark präsentiert und da kann man nichts gegen sagen, dass sie sich da nicht eventuell irgendwie ja nicht voll eingebracht hätten und da zeigt einfach, was Frankreich wirklich für ein Team hatte und was für die Teamstärke da war, wenn man sich dann vom letzten Platz wirklich noch aus dem vierten vorkämpft. Genau, genau. Pierre Lecourt 20, 43, das war ein Rückstand dann am Ende von über einer halben Minute, nein, doch, von 40 Sekunden auf die führenden dritten, auf Platz 15 und dann hat Emma Lombardi dafür gesorgt, dass sie zumindest auf Platz 12 sich ein bisschen vorarbeiten, Leo Berger auf Platz 10 und dann eine Cassandre Bourgogne, letztendlich, ja, muss man sagen, eine der ganz großen, überragenden Athletinnen dieser Spiele auch nicht mit der besten Zeit overall, ja, also da war eine Laura Lindemann noch 14 Sekunden schneller als eine Cassandre Bourgogne, also als es vorne um die Wurst ging, ja, da, ja, Laura Lindemann mit der zweiten Zeit, ne, ja, und Taylor Nipp ist quasi die schnellste Athletin gewesen, mit der 29, 13, also das ist dann, sind dann auch nochmal, ja, gute 15 Sekunden, wie Taylor Nippe gegenüber Laura Lindemann schneller war, was sich aber einfach darin zeigt, dass sie die Lücke beim Schwimmen und Fahrradfahren geschlossen hat, aber nichtsdestotrotz, genau, Cassandre Bourgogne läuft dann die Staffel bis auf Platz 4 noch vor, natürlich bleibt der Abstand dann innerhalb einer Minute, aber gegenüber allen anderen Ländern, die quasi um sie herum waren, haben sie einfach gezeigt, dass sie da schon nochmal eine Ausnahmestellung haben. Ja, 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 und dann war Deutschland Olympiasieger, ja, also, und zwar sehr spannend, ja, also man kann jetzt nicht sagen, okay, die haben das Testrennen gewonnen, die sind zweimal Weltmeister, wir wissen alle, die Weltmeisterschaft 2023 in Hamburg war grandios besetzt, es war ja im Rahmen auch dieses Eliminator-Formats, wo es den Supersprint-Weltmeister gab von World Firezone, da war eine Menge Action sowieso da, da waren eine Menge Top-Favoriten da, da ging es noch um die Olympia-Quali, das Testrennen haben natürlich die Nationen auch gut besetzt, aber da ist es ja in Duatlon gewesen, ja, auch das können wir eben nicht so werten, aber die Weltmeisterschaft jetzt, die hat so ein bisschen über die Einzelergebnisse darüber hinweg getäuscht, dass Deutschland da Weltmeister geworden ist, ist ein Fakt für die Geschichtsbücher, aber nicht sportlich so einzuordnen, wie die drei anderen Rennen mit dem Test-Event und der Weltmeisterschaft 23 und eben jetzt in den Olympischen Spielen, von daher kein Selbstgänger, aber etwas, was man in Deutschland sehr, sehr ernst genommen hat in der ganzen Vorbereitung, es hieß vor Jahren schon, nach Tokio, wir setzen für 2024 auf die Mixed Relay und ja, das ist aufgegangen, es ist so vieles aufgegangen, es sind die individuellen Taktiken aufgegangen, es ist auch die Trainerentscheidung, die es letztendlich ja war, die Mannschaft so zu besetzen, aufgegangen, es ist auch aufgegangen, Lisa Tersch und Lasse Lührs in Hamburg schon an der jeweiligen Position starten zu lassen, die ja ähnliche taktische Einstiegsmöglichkeiten oft mit sich bringt, ja, von daher war es wirklich ein Weg mit einem Ziel, der geklappt hat, mit dem Dämpfer der Einzelrennen, ja, wir haben ein langes Interview mit dem Bundestrainer gehabt, Kollegin Julia hat sich 25 Minuten mit ihm unterhalten am Tag nach dem Einzelrennen oder zwei Tage später, glaube ich was, und das Interview wird teilweise kritisiert oder die Aussagen, weil da sehr viel abgestellt wird auf die Bedingungen, die besonders waren, aber die gelten ja eben für alle, ja, und wie ich schon eingangs sagte, an einem Tag stürzen die einen, am anderen Tag stürzen die anderen, man hat auch die deutschen Athletinnen kritisiert, hey, wenn ihr zu Olympia fahrt, dann müsst ihr auch Fahrrad fahren können, ja, jetzt sind es halt andere gewesen, die sich dadurch ausgeschossen haben, das ist der Sport, ja, das gehört dazu, ja, gestern beim Barrenturnen hat, hat unser deutscher Superstar den Barren mit dem Fuß berührt, ja, also, nicht jeder Turner ist Simon Biles, die ich hier sehen durfte, was mich sehr beeindruckt hat, ja, es gibt immer Dinge, die schief laufen, ja, und jetzt ist mal wirklich alles richtig, richtig gut gelaufen für uns. Letztendlich ist es ja auch so, es wurde ja gesagt, dass sie alles auf die Mix Relay auslegen und dann hat sich ja erst im Laufe der letzten beiden Jahre es eigentlich ziemlich herausgefellisiert, dass sie eventuell auch eine Einzelmedaille möglich ist. Von daher war das nicht das Ziel, sondern quasi eher das Ergebnis, dass man dort alles auf die Mix Relay gesetzt hat. Und ich finde, es ist schon immer wieder schwer oder auch beeindruckend, wie so die Öffentlichkeit dann die einzelnen Platzierungen etc. wahrnimmt. Ich meine, ein 8. und ein 9. Platz bei den Olympischen Spielen sind immer noch herausragend. Natürlich ist es keine Medaille, aber man muss bedenken, 8. Platz wäre bei der leichtathletischen Endlauf. Das heißt, wenn Laura Lindemann eine 100-Meter-Läuferin wäre, dann würde sie im Finale sein. Und dann wäre es wahrscheinlich so, dass... Trotz Sturz. Das muss man einfach hervorheben. Und ich finde, das ist natürlich... Ich finde, die Athletinnen und Athleten sind diejenigen, die vielleicht dann über ihre Leistung diejenigen sind, die da am größten Enttäuschung ausdrücken dürfen oder sagen dürfen. Aber wenn dann von Haustel immer noch bei auch guten Rennen draufgehauen wird, dann finde ich, es ist schon immer wieder so eine kritische Sache, wo man ein bisschen gucken muss. Und nur weil eventuell ein Lasset-News dann eventuell ein Männerrennen nicht in die Top Ten läuft oder so, bedeutet das ja nicht, dass er weniger Arbeit reingesteckt hat als zum Beispiel ein NXG. Es muss halt alles zusammenpassen. Und auch bei Bedingungen, wenn es regnet, bei einer Draußensportart ist es so, dass man dann damit umgehen kann und wenn man... Oder umgehen muss, so rum. Und wenn es quasi bei einem gewissen Risiko nicht funktioniert und man hinfällt, ja, dann ist es so, dass man dafür, ja, in dem Sinne bestraft wird. Aber sowas wie jetzt bei Hayden Wilde in der Staffel ist natürlich eher schon ein größerer Fehler, weil es trockene Bedingungen waren und er bei trockenen Bedingungen hinfällt. Das sind, finde ich, nochmal so zwei ganz andere Sachen oder muss anders beurteilt werden. Aber man würde auch behaupten, wer auf so großer Bühne nicht irgendwas riskiert, wird es wahrscheinlich nicht schaffen, eventuell zu gewinnen. und da ist dann halt so die Frage, versucht man nicht lieber zu riskieren und dann eventuell hinten runter zu fallen oder sagt man, man nimmt die sichere Variante, wird dann Zehnter und wird genauso beschimpft. Also das sind dann so die Sachen, finde ich, die man immer so ein bisschen abwägen muss. Genau, aber nichtsdestotrotz würde ich behaupten, haben sie sich von den Einzelnen richtig gut rehabilitiert, haben gezeigt, was für eine Leistungsfähigkeit in ihnen steckt und dass quasi die Athleten und Athletinnen, die einfach mit vor Ort waren, zur absoluten Weltspitze des Triantlons gehören. Ja, ja, so, so muss man es sehen, so muss man es sagen. Ja, das Rennen war dann vorbei, natürlich viel rundherum, also ich habe selten so viel Stress erlebt wie da in der Mixed Zone. Ja, du kennst es als Athlet, ja, die Mixed Zone ist quasi die Zone, die hier in Olympischen Spielen sehr, sehr lang ist. Man hat es vielleicht mal gesehen aus dem Leichtathletikstadion, aus dem Schwimmstadion. Ich glaube, beim Schwimmstadion der Weg zurück, dahin, wo man seine Sachen gelagert hat, der ist länger als die nächste Schwimmstrecke, die es im Schwimmsport im Becken gibt. Nein, das wäre jetzt übertrieben, aber das sind unendliche Wege. Im Triathlon, das Ganze auf der Pont Alexandre Trois, wo das Ganze ja untergebracht wurde, sehr kompakt, sehr, sehr voll, sehr viel Gedränge, aber die Athleten müssen dann ein Interview nach dem anderen machen. da ist dann eben aus Deutschland ARD, ZDF, Eurosport, dann gibt es UBS, hier den Hausproduzenten quasi von Olympia, Olympia Broadcasting Services. Dann kommt die ganze, ganze schreibende Presse, ja, da läuft das recht interessant ab. Da kann natürlich nicht jeder dann auch noch sein Interview machen. Da steht dann ein Helfer mit einem großen Tablett, also nicht ein Tablet, sondern ein tatsächlich Tablett und wir Journalisten, wobei ich als Fotograf da ja auch nur geduldet wurde, wir legen dann unsere Smartphones mit Recording-Funktionen auf dieses Tablett und ergibt sich automatisch irgendein Wortführer, der die Fragen stellt und da wird geduldig geantwortet. Bei vier Athleten in einer Mannschaft ist es natürlich dann nochmal besonders herausfordernd und dann geht es ja weiter. Irgendwann werden die abgeführt, weil es die offizielle Pressekonferenz gibt und dann gibt es Termine, Termine, Termine. Abends waren sie dann alle im deutschen Haus, da habe ich mich dann auch auf die Tagesliste eintragen dürfen. Ja, das kostet normalerweise 600 Euro da in den Hospitality-Bereich zu gehen, nein, 400 Euro, aber jeden Abend gibt es 60 Journalistenplätze und die sind dann nach anwesenden Sportlern präferiert. Ja, das war auch so, endlich, endlich durfte ich gestern, durfte ich mal auch das frontale Siegerierungsfoto mit dem Eiffelturm machen, das ist mir beim Einzelrennen verwehrt geblieben, aber da gibt es dann die Poolfotografen, das sind die großen Agenturen, Getty, AP, DPA, und dann gibt es immer noch den Fotografen vom Welttriathlon-Verband und dann dürfen noch zwei, drei weitere dazu, je nach Besetzung des Podiums und gestern durfte ich, juhu, ich durfte, ja, also für das, das war dann mein Foto-Moment, nein, ich habe sicher größere Foto-Momente hier gehabt, ich habe ja auch noch fünf Tage vor mir bei den Spielen, aber das war dann ein besonderer Foto-Moment, ich durfte mit vor das Podium und die Fotos dann da machen und ja, habe die Adweten dann abends wieder gesehen, nachdem sie einen gewaltigen Marathon hinter sich hatten, eben in diesem deutschen Haus, das deutsche Haus ist ja hier kein Haus, sondern ein komplettes Rugby-Stadion, neben dem Prinzenpark, der Heimat vom PSG, da gibt es hier dieses Rugby-Stadion, da gibt es die Fan-Zone, das ist quasi der Stadion-Innenbereich, wo auf großer Leinwand die Übertragungen der wichtigsten Entscheidungen laufen, wo es zu essen, es zu trinken gibt, wo man als Zuschauer Eintritt zahlt, also wer als deutscher Zuschauer mal einen Abend noch hier nichts vorhat und hier vor Ort ist 20 Euro für Erwachsene, 10 Euro für Kinder und man ist in bester Gesellschaft und dann gibt es eben den Hospitality-Bereich und in diesem Hospitality-Bereich gibt es den Metal-Walk und da habe ich, nachdem ich morgens im Arbeitsmodus war, da habe ich zum ersten Mal richtig Gänsehaut gehabt um diese Mannschaft, das ist dann so, es gibt da eine Treppe am Ende dieses Raums und da kommt dann auf einmal Nebel und Scheinwärtschaut von hinten und in diesem Nebel werden die dann irgendwann da aus einer Nebentür reingestellt und dann lichtet sich der Nebel und dann stehen da unsere Goldmedaillen wieder und laufen durch dieses Spalier, wo gestern zum Beispiel die ganze Schwimmbandschaft war, wo ganz viele Funktionäre sind, ganz viele Fans, die eben diese 400 Euro ausgeben, um mal dabei zu sein, wo ganz viele Sportexperten sind, wo die Presse ist und dann laufen die da im Schritttempo durch diesen Meadowwalk und werden am Ende auf der Bühne interviewt und ja, das war ein großartiger Moment, dann müssen sie auch da in ein Fernsehstudio, hinterher müssen sie noch in die Fanzone, da Autogramme geben, Selfies machen und so und Tim Helwig sagte mir noch, ja, jetzt fühle ich mich so ein bisschen leer. Da weiß man nicht, was anstrengender ist, ob der Städtkampf an sich oder der ganze Medienmarathon danach, also das ist ja und dann fahre ich auch bis tief in die Nacht da, um mit der Triathlon-Welt da unser Gold zu feiern und kriege dann am Abend eine WhatsApp, also hier geht vieles über WhatsApp-Gruppen vom DOSB, vom Team D, vom Schwimmpreservat, vom Oliver Kraus, dem Triathlon-Preservat der Deutschen Triathlon-Union und da kriege ich aber die Nachricht, morgen um 10 Uhr Pressekonferenz mit den vier Triathleten im Deutschen Haus, eben dann die offizielle Pressekonferenz vom Team D, vom Deutschen Olympischen Sportbund und da habe ich nur gedacht, die haben noch jetzt jede Frage wirklich tausendmal beantwortet und wollen eigentlich nur noch glücklich sein und feiern und vielleicht Leichtathletik gucken oder Basketball und das ist halt der Preis des Ruhms. So ist es, genau, auf jeden Fall und wenn man bedenkt, dass bei diesem ganzen Medienmarathon sehr wahrscheinlich Essen etc. sehr, sehr kurz kam nach so einem Wettkampf, sondern die Athleten oder Athleten gerade mal Zeit hatten, sich eventuell andere Sachen anzuziehen, dann weiß man am Abend auf, was da wirklich in denen steckt, wenn man komplett leer ist. Ja, da haben wir wenigstens das Gleiche, wenn ich abends nach Hause komme, dann stinke ich und bin hungrig. Also kannst du dich auch fast fühlen wie ein Olympiasieger. Ja, also zum dritten Mal eine Medaille nach Silber für Vujkovic und Gold für Frodeno und jetzt Gold bei vier Athleten. Wir haben jetzt vier Olympiasieger und das ist natürlich auch eine Chance für den Triathlon in Deutschland, diese Athleten richtig zu präsentieren. Ich denke mal, nächstes Jahr in Hamburg, das wird großartig, aber das ist noch lange hin. Jetzt geht es eben darum, die Athleten auch mal hierzulande zu präsentieren oder irgendwo Telegen zu präsentieren. Ich glaube, Tim Helwig war es, dass man gesagt hat, der geht jetzt in die Super League. Der ist natürlich jetzt Olympiasieger in der Super League und ich hoffe einfach, dass es jetzt viele Leute gibt, denen diese vier völlig unterschiedlichen, aber sehr interessanten Menschen, die irgendwo jetzt im Begriff sind und die vielleicht dann auch irgendwo sich das mal anschauen. Und ich hoffe auch, dass ganz viele Leute draußen jetzt gesehen haben, ey, Triathlon, das ist Schwimmen, Radfahren und Laufen, das muss aber nicht zehn Stunden dauern oder auch nicht 15 oder auch nicht acht Stunden, sondern das ist auch spannend, wenn es über kürzere Distanzen geht und ey, das probiere ich auch mal aus. Und ich hoffe einfach, das sagte auch gestern der DTU-Präsident, Professor Engelhardt, der natürlich auch dann abends im Deutschen Haus war, der sagte, wir haben es damals verpasst, als Triathlon Deutschland etwas aus dem Olympiasieg von Jan Frodeno zu machen. Jetzt machen wir das besser. Ja, und da hoffe ich einfach drauf, dass man sich da jetzt vernünftige Konzepte einfallen lässt, die Athleten als solche zu präsentieren und nicht als Highlight in irgendwelchen Bundesliga-Mannschaften untergehen lässt, wo sie dann auch nur mit Rädchen im System sind, sondern wirklich um diese Athleten vielleicht auch Dinge baut, um da eine gewisse Nachhaltigkeit in der Außenwirkung zu erzeugen. Ja, also das Potenzial ist jetzt da, ja, nach Paris ist vor Athen. Wir haben sehr viel Spaß gehabt und das war ja auch ein Investment von uns, auch finanziell, die Athleten über ein halbes Jahr zu begleiten, zu verfolgen. Das hat großen Spaß gemacht und da kann ich schon versprechen, da wollen wir auch nicht aufhören, ja, weil Triathlon ist einfach mehr als die Langdistanz, auch wenn wir nächste Woche wieder über Nachhaltigkeit in Frankfurt reden, aber es ist ein sehr, sehr breiter Sport, das sieht man hier, ja, ich durfte dann abends noch mit den Triathleten quasi die Goldmedaille im Basketball 3 gegen 3, was ich zum ersten Mal gesehen habe, auf dem Fernseher halt da sehen, aber das Ganze zu sehen in einem deutschen Haus mit Deutschland als Goldmedaillengewinner dann, das ist natürlich großartig, das ist auch eine Sportart, die war mir vorher stemmt und ja, es gehört zum Basketball, es ist die erste Basketballmedaille bei Olympia für Deutschland, ich hoffe ja auch eine weitere noch. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, ja, ne, ich bin aber überlegt, ich schwanke noch heute Abend, ob ich mir Brasilien gegen die USA anschaue im Basketball, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass ich die USA sonst nicht mehr sehe, weil das Finale auf jeden Fall zulassungsbeschränkt wird und ich ja jetzt nicht ein Basketballmedium betreue, ich hoffe auf, ich weiß gar nicht, ob der Weg so wäre, dass Deutschland im Finale gegen die USA spielen würde als Revanche. Ja, Deutschland würde erst im Finale auf USA treffen, im Halbfinale entscheidet sich heute Abend gegen Kanada oder gegen Frankreich. Also Kanada gegen Frankreich spielen das andere Viertelfinale und der Gegner oder der Sieger aus dem Spiel wird dann der Gegner der deutschen Mannschaft im Halbfinale. Ja, also ja, aber das war jetzt so ein kleiner Ausflug über den Ausflug, den ich vielleicht noch mache. Ein bisschen Ja, als Athlet oder als Athletin ist es definitiv so, wenn man fertig ist mit den Wettkämpfen und nicht gerade direkt nach Hause fährt. Ich habe es so gemacht, dass ich mir für jeden Tag immer rausgesucht habe, welche Wettkämpfe ich angucken könnte und welche nicht und habe da wirklich dann die zweite Woche, in der ich dann frei hatte, Olympiatourismus bis zum einer Feinsten geführt und habe versucht in einen Tag oder in einen Wettkampftag von Aspys ja meistens geht da ja irgendwie zehn oder halb elf so viele Sportarten unterzubekommen, wie es nun wirklich ist und da ist es halt auch so, wie du sagst, dass man da einfach mal Sportarten sieht, die man sonst wahrscheinlich nicht sehen wird. Ja, also ich kann ja mal kurz sagen, zartbeseitigte Leute sollten jetzt ausschalten. Ich habe natürlich neben Triathlon hier jedes Schwimmfinale gesehen und es waren großartige Schwimmbettkämpfe. Ich habe mir das Leichtathletikfinale über 100 Meter angeschaut bei den Männern. Das ging so gerade zeitlich sich aus mit dem letzten Schwimmfinale. Ich habe Deutschland Handballspielen gesehen, ich habe Simon Biles Touren gesehen, ich habe Fechten gesehen im Grand Palais in das Halbfinale Frankreich mit super Stimmung gegen Japan, die dann später Olympiasieger geworden sind. Ich kann ja nicht mal sagen, wie diese Wasche heißt, ja, aber mir geht es da genauso. Ich möchte auch andere Dinge sehen und sehe sehr viel auch hinter den Kulissen und sehe auch, was die Olympischen Spiele sind neben dem ganzen Sportlichen und ich sehe auch, dass es gut wäre, wenn wir uns in Deutschland bemühen würden, sowas mal wieder an Land zu ziehen und die Chancen sind da. Es gab letzte Woche die Unterzeitung hier des Memorial auf Understanding zwischen der Innenministerin und dem DUSB und Jan Spudino hat es auf den Punkt gebracht gestern. Er hat gesagt, Goldmedaillen sind dafür da, zukünftige Generationen zu inspirieren und da hat sich vielen gestern auf der Bühne des Deutschen Hauses einen Kreis geschlossen. Der stand nämlich mit den Vieren da oben und ich weiß noch, das Motto der Spiel in London, du weißt es auch noch, das war irgendwie, ich fließe nicht mehr im Wortlaut hin, aber Inspire the next generation oder so, ja und ich glaube, das täte uns auch gut. Ja, das stimmt, aber wie auch in London, da ist es auch so, dass da eine ganz andere Äußerie innerhalb der Gesellschaft ist oder man das Gefühl hat, dass da der Sport wirklich einen ganz anderen Stellenwert hat und das finde ich in Masqueries halt auch wieder extrem, so wie du sagst, das Motto war Inspire a generation, ich glaube, die Briten haben es wirklich richtig gut geschafft und wenn man sich jetzt die Spiele der Franzosen anguckt, würde ich sagen, dass sie es auch ziemlich gut schaffen, dass sie da ja Generationen wirklich mitnehmen, hat ja auch schon die Eröffnungsfeier gezeigt, man kann halten, was man will von der Eröffnungsfeier, aber quasi auch so der Rückblick der einzelnen Höhepunkte von den verschiedenen Olympischen Spielen im Werdegang zu den Olympischen Spielen dieses Jahr hat er einfach gezeigt, was da wirklich für Momente dabei sind und wie man ja alte Generationen wirklich mitnehmen kann und inspirieren kann und ich finde es gut, wenn da wirklich so der Funke bei manchen noch mehr überspringt, gerade wenn es darum geht, dass Deutschland sich bewerben möchte, hätte ich das, würde ich es befürworten, 2040 wäre ich auf jeden Fall zu alt, um teilzunehmen, vielleicht fange ich noch mit Tischtennis an, da ist ja diesmal die älteste Teilnehmerin mit dabei oder der älteste Teilnehmer, ich weiß gar nicht genau, aber ja, wenn man einmal sowas mitbekommen hat und das jetzt auch wieder mit am Fernseher verfolgt, ist das wirklich auch so. Das finde ich jeder Tag irgendwie dazu motiviert, Sport zu machen und wenn da irgendwie auch die, sag ich mal, die Jüngsten mit angezündet werden sozusagen und da dieses Feuer so ein bisschen brennt, dann finde ich das genau richtig. Ja, ja, das ist doch ein gutes Schlusswort, also ich werde jetzt noch ein bisschen hier auch tatsächlich Olympiatourismus machen, neben ein bisschen arbeiten, es sind ja auch Dinge zu tun, wir werden natürlich auch in der nächsten Printausgabe nochmal rückblicken auf das Ganze, wir brauchen das Rennen oder die Rennen nicht nochmal neu erzählen, ich glaube, das ist ausführlich passiert auf allen Kanälen und das Ergebnis bleibt und was wir aus dem Ergebnis machen, das werden wir uns jetzt mal genau anschauen, also da habe ich auch noch ein bisschen was zu tun und dann mache ich das, was du sagtest, wenn die Wettkämpfe vorbei sind, weil ich sofort nach Hause muss, also ich werde mich am Montag aufs Rad setzen, ich habe mein Rad mit hier und nicht um es während der Spiele zu benutzen, sondern um anschließend nach Hause zu radeln und da freue ich mich drauf, mal eine Woche dann auch wirklich runter zu kommen, weil der Impact ist schon groß hier so an Eindrücken, das muss erst mal verdaut werden und ja, da fahre ich halt auch irgendwie mit mit einer Goldmedaille im Gepäck nach Hause für den deutschen Triathlon, das fühlt sich gut an. Und wie lange hast du dir vorgenommen für knapp 1000 Kilometer? Ja, eine gute Woche. Ah, okay, also dann doch eher entspannt, anstatt dass du von einem Stress in den nächsten kommst. Nein, 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 ich mache hier kein Transkontinentalrennen, ich muss mir auch nochmal meine Strecke zusammenlegen, ich habe mich schon mit Tim Helwig in Saarbrücken verabredet, dass er dann ein Stück mit mir mitgewehrt, als ich da langkomme, mit Steffen Justus, mit dem Trainer. Ja, mal gucken, ich weiß es noch nicht, erst mal bringen wir die Geschichte jetzt hier zu Ende. Ja, ich habe auch zwei Wettkämpfe, die wirklich nochmal Pflicht sind, das sind die beiden Freiwasser Wettkämpfe, ob sie nun am Donnerstag und Freitag oder beide zusammen am Samstag stattfinden, das werden wir sehen, aber das ist noch was, wo ich mich auch drauf freue. Das ist auch eine Sportart, die ihre Faszination hat, weil das könnte Realität man am besten beurteilen, zehn Kilometer im Freiwasser zu schwimmen ist eine Herausforderung. Das Ganze noch deutlich unter zwei Stunden zu schaffen ist noch eine größere Herausforderung und vor allen Dingen danach noch eine Endspurtqualität, die man auf jeden Fall für den Olympiasieg braucht, zu zeigen. Ja, ich habe nur, beim Triathlon habe ich alle Rennen gesehen, die es in der Olympiageschichte gab. Beim Freiwasserschwimmen habe ich Peking nicht gesehen, das hat damals auf der Ruderstrecke stattgefunden. da war ich nicht dabei, habe aber das Rennen im Serpentine Lake in Lombard mitbekommen und habe tatsächlich zweimal zwei Stunden überstanden auf einem sich durchschüttelnden Boot vor der Copacabana. Großartige Erinnerungen, großartige Momente. Hier wird es ein bisschen gemächlicher, hier werde ich nicht sehkrank, aber ich freue mich drauf, dass zu Covernwoche immer das stattfindet und der Rest ist dann Kür. Da gibt es auch teilweise nichts nach außen zu sehen, da gibt es dann Fotos, die im Archiv landen, die vielleicht irgendwer mir abkauft. Es gibt immer Dinge, die sich nachher ergeben. Ja, aber ich werde es genießen. Macht es. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine richtig schöne Woche. Ich beneide dich sehr. Bitte und dann eine schöne Woche Urlaub auf dem Weg nach Hause. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Damit wären wir ja quasi so am Schluss dieses Sommerereignisses ich habe noch mal einen ganz kurzen Werbeblock. Denn auch bei Ikoy ist der Sommer zu Ende. Da gibt es den Sommerschlussverkauf. Der ist in vollem Gange und lockt mit ganz vielen Rabatten. Statte dich also jetzt auf ikoy.com von Kopf bis Fuß für deinen Training und deinen Wettkampf aus. Ikoy.com Auch das stellen wir natürlich in die Shownotes. Schaut da mal vorbei. Denkt auch an unseren Partner Chubolito und dann hören wir uns nächste Woche nicht wieder. Ich weiß nicht, wer nächste Woche den Podcast macht. Es ist die Woche vor dem Ironman Frankfurt, der ja auch eine besondere Bewandtnis hat durch die Ergebnisse von Paris. Christian Brummenfeld muss validieren und da gibt es noch einen Rennen. Genau, es ist das letzte Rennen für ihn, aber als Ironman-Sieger muss er eben nur validieren. Das heißt, wer weiß, wie stark er da um den Sieg kämpfen wird, aber so habe ich auf jeden Fall in Norwegen vernommen. Bisschen Enttäuschung gilt, sehr groß und das Feuer eventuell noch einen Ticken mehr entfasst, als es vorher war, den Sieg auf Hawaii zu holen. Ja, ich meine, er hat im Trier noch fast alles gewonnen, eben nicht in Armel Hawaii, Weltmeister war er, aber das fehlt ihm noch. Und dann wissen wir ja auch, das nimmt inzwischen ja sehr konkrete Züge an, er hat dann neue Ziele 2028, nein, will er nicht wieder Triathlon-Olympiasieger werden, ich glaube, das ist vorbei, sondern er will die Tour in France gewinnen. Richtig, wobei es ein Drei-Jahres-Plan ist, also ich glaube, er hält sich eine eventuelle Rückkehr zum Triathlon so ein bisschen offen. Der hier diskutierte Stand war, dass er 2027 erste Etappen bei der Tour gewinnen will und 2028 die gesamte Tour. Okay, wir dürfen gespannt sein. Ja, also, das werden wir auf jeden Fall verfolgen. Frankfurt werden wir nächste Woche besprechen, wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Starterfeld werden, dadurch, dass es ja eben die letzte Möglichkeit ist, für die männlichen Athleten sich zu qualifizieren und dann sind wir auch schon fast in den WM-Wochen Richtung der Ironman-Weltmeisterschaft. Nizza und Hawaii. Es geht also Schlag auf Flach. Genau, das wird mein nächster Triathlon. Ich werde jetzt den Bogen spannen von Paris nach Nizza, aber mit dem längeren Umweg über Hamburg. Also, bis dann. Ciao. Die letzte Frage von mir noch, die musst du mir jetzt noch beantworten, wenn es um Frankfurt geht. In welcher Rolle bist du dort? Startest du? Ich lasse mir noch bis zum Wochenende Zeit, um mir das zu überlegen, aber aktuell würde ich sagen, ist die Tendenz schon eher so, dass ich starte und dazu auch noch Lust. Ja, sehr schön. Ich freue mich drauf, dann davon zu hören. Genau, in dem Sinne, Ciao. Ciao. Au revoir.